Tabellen sortieren Wenn Sie in Word Tabellen nach einem bestimmten Kriterium sortieren möchten, können Sie dies mit der Sortieren-Funktion von Word einfach bewerkstelligen. Markieren Sie dazu eine Tabelle und wählen Sie anschließend im Register Layout den Befehl Sortieren aus. Geben Sie nun im Dropdown-Menü Sortieren nach, nacheinander die Sortierkriterien ein. Rechts neben jedem Sortierkriterium wählen Sie den Typ des Zelleninhalts aus, wählen Sie außerdem, ob Sie die Zellen aufsteigend oder absteigend sortieren möchten. Bestätigen Sie abschließend mit OK. Schon hat Word die Tabellenspalten nach Ihren Vorgaben sortiert. Bestätigen Sie abschließend mit OK.